Bevor du das Video weiterschaust, fühl dich frei und nimm dir einen Moment, den Abonnierbutton zu drücken, damit du auch wirklich keine Videos mehr verpasst und über jedes Video auf dem Laufenden bist, wenn es neu hochgeladen wird. Mit natürlichen Heilmitteln dauerhaft gesund bleiben, das erfährst du in diesem Kanal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.